Einen wunderschönen guten Morgen seit Januar. Da trage ich den Ultra Human Ring ergänzend zur Apple Watch. Beide Geräte, die erfassen so ein ganzes Bündel aus Fitness- und Gesundheitsdaten im großen Sammelbecken von Apple Health. Und ich habe mir in dieser Woche einmal Apps ausgesucht, Apps zusammengetragen, die diese Daten aufbereiten, anschaulicher machen.